Hallo und Herzlich Willkommen Ja ich habe jetzt hier mal ein bisschen weiter gearbeitet mit der Brücke Habe es jetzt auch geschafft Also ich habe hier so oben eine Overtraff Brücke und unten eine Hydraulik Brücke Schauen wir uns das ganze jetzt an wie ihr durchfährt Da habe ich glaube ich über eine Stunde dran gesessen bis ich das geschafft habe So ein bisschen schneller hier Ach was das gibt es doch nicht Da muss ich jetzt nochmal gucken Warum sind da jetzt eingekracht Na gut okay Ich verstehe das nicht Abbelastung war bei 99,7% Also da fällte 0,3% Dann wäre es kaputt Okay 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 Okay. Okay. Wie kann man das machen? Oh. Ich glaube, ich weiß wie. Ich habe da so eine Idee. Ich weiß allerdings nicht, ob das klappt. Klasse Holz. Ich weiß nicht, ob das klappt. Ich weiß nicht, ob das klappt. Ich weiß nicht, ob das klappt. Das Auto steht noch nicht drauf. Du sollst noch nicht umfallen. Hilfe. Ich habe das nicht mehr dran. 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 Ich glaube es gibt einen stuck. Sooo. Ups. Da wird schon ein passender. Da fällt so flüüüüüüüüüüüü. Ach jetzt. Jetzt. Mach mich noch. Musik 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 jetzt aber wenn man noch nicht wenn ich das ein bisschen mehr ran stecke vielleicht dann ok der ist ein bisschen höher dann machen wir die schwänze mal ein bisschen höher so 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 so